Menschen mit einer Hörminderung ein Leben ohne Einschränkungen zu ermöglichen, das ist es, was uns jeden Tag antreibt. Ich bin sehr viel unterwegs und treffe viele Menschen. Sie schildern mir immer wieder ihre einzigartigen Erfahrungen mit unseren Produkten und ihren Kunden. Und wenn ich diese Begeisterung spüre, dann weiß ich, warum es sich lohnt, jeden Tag für ein optimales Hörerlebnis zu arbeiten. Um unseren Kunden eine bestmögliche Gesamtqualität bieten zu können, sind nicht nur unsere Produkte entscheidend. Auch unsere Serviceangebote in Beratung, im Support und im Marketing, aber auch die ganz persönliche Betreuung haben eine grosse Bedeutung. Hörgeräteträgern durch unsere modernen Technologien Zugang zu den vielfältigen Klangwelten zu ermöglichen, das motiviert und inspiriert mich. Jeder Tag ist spannend und aufs Neue interessant. Als eingespieltes Team mit unseren Gebietsleitern können wir individuell und flexibel auf unsere Kundenwünsche eingehen. Das Ziel für meinem Team und mir ist es, die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit zu unseren Kunden durch persönliches Engagement weiter auszubauen. Mit den unterschiedlichsten Kommunikationsmitteln, wie zum Beispiel Facebook, aber auch klassische BR, bauen wir Vorurteile ab und machen darauf aufmerksam, wie kostbar unser Gehör ist. Unser oberstes Ziel ist es, den Hörgeräteakustiker bei der Lösung von kniffligen Anpassfällen zu unterstützen. Im Mittelpunkt steht die Zufriedenheit unserer Kunden. Um allen Hörgeräteträgern ein einzigartiges Hörerlebnis bieten zu können, müssen alle Bestellungen zuverlässig und schnell bei unseren Kunden vor Ort sein. Unsere Kunden sollen gut informiert sein und auf ein Rundumpaket zurückgreifen können. Mit diesem Gedanken entwickeln wir attraktive Werbemittel und bedarfsorientierte Informationsmaterialien. Bereit sein, sich kontinuierlich zu verbessern und Dinge in Frage zu stellen, dies legt den Grundstein für nachhaltige Innovation. Der Schlüssel ist, die Mitarbeiter bei diesen Veränderungsprozessen mit einzubeziehen. Unsere klare Vision, aber auch die ganz persönlichen Erfahrungen motivieren uns jeden Tag, bestmögliche Qualität zu bieten.